In Deutschland ist Futsa noch so unbekannt, weil wir von klein auf auf mit Bande spielen. Irgendwie haben die Menschen gedacht, dass es mit Käfig gut ist. Was für ein Schmarrnsatz. Am, 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 dynamisch. Laut FIFA ist Futsal ein, wer weiß was ist, ist nicht wichtig. Den Futsal habe ich in den letzten Jahren kennengelernt. Moment.